I dodged death many a time, and that night in Abilene was no doth. Jo, hallo, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Call of Cures ganz länger. No. No. Ah. Come here. Oh, come. Hmm. Mmh. Yeah. Okay, für mich sind ein paar Tage vergangen. Wie ihr schon merkt, äh, spür ich das halt nicht. I thought the Texas Rangers got heartened. Yeah. That's what they want you to believe. It was cold and a witch's tit and a brass bra that night, as I fought my way past his loyal compadres. Witches tit. Hopp, was liegt da? Elfenbeinschnellschüsse mit Ranger mit Gravuren. Na, Elfenbein. Okay. So. Soll ich da in die Bar? Yeah. To the very same saloon we're sitting in today. Look around and imagine this place painted in blood. Harden was waiting for me, and... What? Hello. I'm jumping the gun here. Let me back up and give you some background on this some bitch. He deserves that much. Don't you think so, Ben? John Wesley Harden was a killer. By the end he confessed to taking the lives of 42 men. Fathers and husbands. Brothers and sons. Men with families who cared about them. He was a bonafide folk hero by then, and had a master gang of armed miscreates and other assorted thugs. He and his men set up camp outside of town, and I was hoping Bob was among them. Shit, it's cold out here. I'm freezing my giblets off. It ain't right, we gotta stay out here and keep a watch like this. Can I die anschießen? Better three hours early than a minute too late. Ja, das... Okay, ich soll schneller sein. Das hab ich schon verstanden. Glauben nicht. Da ist jemand, oder? Kann ich die kühl... auch schießen? Oh. Oh. Yeah! Ich hab nicht gefragt, warum ich da bin. Ich weiß. Ich weiß. Und die meisten von ihnen auch. Ich dachte, Harden ist hier irgendwo, aber um ihn zu kommen, muss ich nach ihm gehen. Ich habe viel Blut zu finden, dass Harden nicht in der Stadt. Er ist in der Stadt mit den близigen Kollegen. Oh. Harden ist nicht so, dass ich mich nach dem Kopf zu erreichen. Ah, komm! Sag mal! Wer hält denn der aus? So geht's ja nicht. Was für eine Scheiße. Oh, 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 oh! Oh! Let the boys know, we got another loud dog. Ah. I wondered if Bob was among them. Mit Sicherheit nicht. Hm. Okay. Stau, oder soll ich hier hoch? Ich geh mal hier hoch. Ranger mit Gravur. Hm. Ich könnte ja mal nachgucken, wie der hier heißt. Ist das jetzt? Elfenbein. Okay. Das ist der Bessere. Definitiv. Come out, come out, wherever you are. Hello. Hello. Nein. War da nett. Kein Fall. Hallo. Ach, das ist doch die Stadt, wo ich gerade angekommen bin. Kein Problem. Würde ich mal beraten. Natürlich D Honey. The only one police need to be. Like, Come out, York. Aber John Wesley. Da butter here is issue. I just rubbeden until later. But that night was actually your fest. Goddamn him www.no.es. Oh, oh. Goddamn him! Das ist gut! Au! Äh! So! Und da kommen wir noch mehr! Ihr seid mir zu weit weg! Ich muss näher an euch ran! Komm ich hier hinten rum? Hello! Stop! Ah komm, das ist fies! Das ist unglaublich! Oh, jetzt habe ich keine... Wer ist hier der crazy... Au! Wer ist hier der crazy Bastard? Ich glaube, ich habe schon erwähnt, dass ich Hardin in diesem sehr Saloon gefunden habe. Wer gesagt hat es schon, aber deswegen heißt es ja nicht, dass ich jetzt da rein schiffe. Ich brauche doch erstmal Munition! Oh Mann! Na egal, gehen wir mal da rein! Woa! Oh Gott! Aua, 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 aua! Aua, aua, aua! Aua, aua, aua! Wer ist hier das little... Irgendwas! Was? Wie, was? Achso, jetzt kommt er rein! Alles klar! Töte der einen, der schnarcht dir, das könnte mir auch passieren. Also, schnarchen jetzt wirklich... Trick? Was soll das heißen? Weiche mit A und D aus, okay? Ich habe doch aber schon geschossen. Hä? What? Zu... Hä? Hm. Okay. Das war's für diese Folge. Bis demnächst. Tschü!